Totsdam Nürnberg und jetzt ab ins Hotel. Ja, wir sind jetzt hier im Hotel und jetzt geht's dann gleich los mit Interviews. Guck mal mit. Mein Zimmer ist also da drin. Guten Morgen! Super, wir sind jetzt hier bei Radio Rogen Cesaro, live auf Sendung. Superstar, Cesaro! Hier bei Saturn, da schreib ich ein paar Autogramme für alle Fans, die Tickets gekauft haben. Stimmt, perfekt. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Unglaublich. Ein super Tag geht zu Ende. Ich bin jetzt müde. Ich gehe jetzt schlafen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Wwe live in Düsseldorf, Nürnberg, Hannover und Regensburg. Holt euch jetzt euer Ticket. Bis zum nächsten Mal. Holt euch. Besondere.